Ui, ui, ui. Wir sind vor Vault 101. Der Plan ist diese Vault zu durchqueren und dann Richtung Freedog zu gehen, also dort und her. Verstanden ob sich das alles in einer Folge ausgeht. Keine Ahnung was mich da drinnen erwartet. Hoffentlich keine Todesfalle. So was gibt es ja in manchen Symbols. Schaut noch nah. Ah, ich sage nicht nach was es ausschaut. Nach nem Hintereingang zum, ja, Hintereingang. Alles klar Bro. Du weißt das Rauchen nicht, das Beste für dich ist Jericho. Right? Wehe du stirbst durch Zigaretten. Wehe du stirbst überhaupt in diesem Let's Play. Ach, da schauen wir mal was hier drinnen ist. Schaut noch, ja, Myelux. Schaut euch diese Myelux an. Überall sind sie. Und dann bin Myelux. Durch das Myelux flasht ziemlich gut. Das gibt viel XP. Oh, da kommt noch wer. Der erste Schuss war so gut. Der erste Schuss war so gut und dann die restlichen irgendwo hin. Keine. Okay. Also, vo лайk. Wahrscheinlich ein ... Wohnquotiere. Wir sind und drin in dem Wohnquotiere. Wahrscheinlich eine vater Revolt. Rein. Oh, Knatme. Ja, ich nehme also alles zurück. Beste World Ever.inal beim Bier klingeln gehen. Willst du drüber reden? Oh, nein. Ich bin ja ein Ash-Ketchup-Fan. Sorry, Gary. H-Klammern? Ich habe große Hoffnung jetzt, dass da mehrere H-Klammern drin sind. Ich nehme keine Schrott mehr mit. Für nur H-Klammern. Ah, okay, das nehmen wir mit. Die kann man verkaufen. Aber ich sollte nicht mehr zu viel überloten, weil ich habe ja schon überloten. Gary? Gary 29. Wo ist der andere Gary hin? 27. Es werden weniger. Ich habe schon wieder keine Kippen. War das schon alles? Blute mich nicht voll. Das ist was. Wo zum Teufel bist du, Alter? Oh, Gary. 33. Die werden ein bisschen probiert. Das ist schon schwierig. War ein guter Schuss. Sogar eine gute Waffe. Ich dachte, die vorige Ward war die Gary Ward oder die Verrückte Leute Ward. Aber dann haben wir jetzt noch eine Verrückte Leute Ward. Oh, oh, oh. Sind da alle verrückte Leute? Jeder von ihnen. Verrückte Leute? Verlaub dich. Nicht. Nein. 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 Die Kisten gibt es keine H-Klammern. Also ignoriere ich die hier mal. Dann load ich nicht so viel und kill einfach mal mehr. Ich bin fast hier schon voll. Ich bin fast voll. Nein. Ich bin voll. Nice. A-Klammern. Hat das gestochen? Verdammt. Ich brauche keine Zinnflammen mehr. Kann sein. Wer weiß das schon? Das spüre ich dann immer zu spät. Ich habe eine gute Salve, die ich drauf habe. Dann ist das ziemlich weggekillt meistens. Wie heißt die Salve? Verdammt. Ich vergesse den Namen immer. Das ist nicht Pepinthin. Irgendwas mit I. Irgendwas mit I. Verdammt. Hier gibt es nichts Cooles. Und dann die Boe Apfel. Ob sich das auszeugt, diese Boe zu looten. Sollten wir mal Geri fragen. Auf Knacken. Der auf Boe ist. Und verkauft. Da habe ich schon so viele H-Klammern. Nicht mal Altmetall nehme ich mal mit. Da wissen wir schon, dass wir in Endgame sind. Aber ich habe wirklich schon so viel Geld. Und ich will nicht die ganze Zeit alles verkaufen wieder. Okay. Ah, Abkürzung. Ja, perfekt. Doch. Oh. Okay. Forscher Weg. Danke, Chilko. Sonst hätte ich sie nicht geschnallt. Okay. 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 Was gibt es hier noch? Gary 42 Ich dachte letztens schon, dass das eine kurze Vault wird Die andere Vault, wo wir drinnen waren Ob nicht geht Dann wird das vielleicht auch keine kurze Vault Und das Waffenspinde Das sind leere Spinde Das wäre eine Zeitverbindung Das gibt mir was interessantes hier Wenn ich mit den zwei Missionen fertig bin Werde ich wahrscheinlich wieder mal nach Underworld schauen Ob ich den Gou schon mitnehmen kann Bevor ich Richtung Todesclan-Gebiet gehe Ich glaube ich werde mich auch zuvor in die Enklave-Basis reinhacken Und schauen wir mal, ob ich da alles killen kann Vielleicht der leichtere Weg Leichtere Weg als die Hand haben Gary, du bist dran Setze Gary ein Ach, da ist Nägel Nehmen wir Wir haben wirklich nicht so viel Leben Die Fallout 4 Taktik wird auch mal so schnell wie möglich die Gleisnägel-Gun zu finden Oder vielleicht habe ich auch Glück mit legendären Waffen Aber ich werde wahrscheinlich das nächste Mal, wenn ich das Spiel starte Von Sanctuary starten Vielleicht probiere ich auch andere Let's Plays in der Zwischenzeit Gary, 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 Gary Verdammt Das sind alles Gary's Haben die bei dem Stimp gemacht Ich werde aufgestellt, um ermordet zu werden. Okay, Messer haben wir. Mist, hoffentlich. Das haben nicht mal einen Wert. Okay, Jericho. Frage meine Lasten. Ah, ich werde dir den Arsch aufreißen. Ich kann es kaum erwarten, Gary 1 zu treffen. Jericho? Ja, was geht? Aber gern. Lassen Sie sehen, was Sie haben. Nein, keine Granaten. Sorry, Bro. Hier kannst du nehmen an. Ah, ich habe doch mal eine Artmedaille dabei. Nein, dann will ich wohl irgendwo loswerden. Das Gewicht auch, das dann. Sehr frech. Das muss ich dauernd mit mir mittragen wahrscheinlich. Für uns Arbeitsvertrag. Ja. Ja, natürlich. Okay, wir nehmen es mit. Ausnahmsweise wollen wir schon so viel davon kriegen. Nicht wirklich im besten Zustand. Jericho. 36. Aber die Rüstung kann er noch tragen. Jericho. Jericho. Ja, was denn? Aber gern. Lassen Sie sehen, was Sie haben. Yes. Nein. Ich kann es nur die Rüstung anziehen. Recht. Dosen. Tolle Rüstung sind eigentlich gar kein schlechter Fund. Ich glaube, die sind sogar fast besser als die Kampfrüstung in diesem Spiel. Haha, Gary. Ich habe schon lange niemanden mehr aufgelegt. Gary. Gary. Ah, verdammt. Wollten Sie das Namen Mütle in der internen Gary machen? Und zu warten. Ah. Hm. Viele Rüstungen hier unten, wenn Garris schlauer werden, ist sicher eine getragen, von diesen vielen Rüstungen. 20, wie schaut meine Talan-Kampfrüstung aus gut noch? Okay, haben wir dann schon reingelogst? Den Platz, ich glaube ich habe den Platz. Ein Rüstungswort. Ich muss einfach mal den Helm der Ameisterin verkaufen. Und da es keinen Grund gibt, den mitzunehmen, wie es ausschaut. 20. Gary. Nein, nein, nein. Nein, nein. Mehr Rüstungen. Das ist ja eine richtig coole, legendäre Rüstung, die es später gibt. Oh, aus dem Weg. Ich glaube, du bist nur betrunken oder Haif und dann Zigaretten sehr leicht aufbrüchen. Ich glaube, ich glaube, ich war schon mal hier. Ich glaube, ich war schon mal hier. Nein, das glaube ich nicht, Jerker. Sonst wärst du schon längst dein Gerritter. Ich glaube, ich glaube, ich kann mich schon mal auf dem Weg raus machen dann. Ne, schon überlootet. Ausrüstung verkaufen. Ja. Die Labyrinthe hier schaue ich mir nicht alle ganz genau durch. Gibt es sicher irgendwo Secrets, die ich übersehe, wie die legendäre Metallrüstung hier drinnen. Ich glaube, ich glaube, ist los. Mal schauen, ob ich hinausfinde. Ich werde wieder verkaufen gehen. So viel Geld. So viel Geld. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem Geld im Spiel machen soll. Eingang Ward. Jep. Aus dem Weg hinaus. Schaut's aus. Hört gut aus. War ne kurze Ward. Nur schwache Gegner. Aus dem Hintereingang. Verkaufen. Und dann Richtung Super Mutanten Behemoth. Das wird interessanter. Der letzte Super Mutanten Behemoth Fight ist nicht so ausgegangen, wie wir es wollten. Wir haben das Mädel verloren Clover. Die dich gerne am Leben behalten. Die war irgendwie cool. Also, mal schauen, ob es besser wird in Zukunft. Verk discovered. Verkommens. Comments? Ah. United Nations Disbanded. What else is new? Okay. Boah, das blindet. Bei mir schon extremst. Moo. Hallo. Hallo. Und rastet sie mich gleich bei euch und bei mir. Oh, so ne, schaut cool aus in dem Spiel. Okay, Jericho. Einmal den Rüstungen. Äh, dann bin ich Haction. Hm. 38er Zähne. Über geht's nicht mehr. Okay. Dann die Wartetaktik. Die ich euch meistens erspare. Auf der anderen Zeit und diesmal. Hallo. Ein Freund mit vollen Taschen ist in der Tat ein guter Freund. Ja, ich bin interessiert wie viel besser die Rüstung wird. Also probiere ich mal. Rose Augenbottum. Okay. Wir haben nur die hochwertigsten Überbleibsel aus Schrott und Müll. Wie geil. Oh. Das ist schon welchen Unterschied. Oh. Der brauche ich nicht aufbehalten. Weg damit. Der Helm schaut sicher nicht cool aus auf Jarron. Also auch weg damit. Der Wait-Minute down. Die wichtigsten Verkauftaktiken. Habt ihr gerade live mitbekommen. Das kann ich behalten. Da schaue ich gar nicht durch. Aha, Klammern. Nein, das hat nie Herr Klammern. Danke. Das ist cool. Wir haben Rüstungs-Upgrade. Und die schaut glaube ich super cool aus. Die Rüstung. Ich sehe gerade nicht. Okay. Richtung. Was auch immer das war. Radio Free Talk. Radio Free Talk. So irgendwas. Das ist diese Richtung. Yep. Was haben wir da noch draußen? Dieses Ding. Wäre ich wahrscheinlich eher das brauchen. Hätte ich die Nachtfähigkeit ausrüsten sollen. So viel wie ich in der Nacht rumrenne. Ich hoffe du schaffst es. Rundser Bunker. Jericho. Drei. Nichts interessantes aus dem Weg. Wahrscheinlich nur ein Augenbrot da drüben. Ein Brahmin. Noch uninteressanter. Irgendwo... Ist dann der Bunker wo die Enklave drinnen ist. Oh schon gerade. Na. Noch nicht. Wenn die erste schon nichts ist. Und... Ich weiß wenn ich unter der Enklave gefangen werde. Dass die mir eine Rüstung wegnehmen. Und meine Ausrüstung. Achtung. Mist. Wir haben ihn beschädigt. Was war das gerade hinter mir? Mist. 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 Ich glaube da ist noch einer. Okay. Ich glaube da ist noch nicht. Da kommt noch was. Das ist eine Marvus-Ratte. Okay, hier geht's gut. Passt. Ich habe nicht die fette Rakete gefressen. Da geht er. Dampf. Drei Barberufsraten schleichen sich an einem Wachropperdarm. Was für eine verrückte Szene. Okay. Da gibt's wahrscheinlich wieder eine U-Bahn-Station. Oder so. Keine Ahnung. Ein Wasserturm. Da wird nichts Wichtiges sein. Bin bis jetzt überrascht, dass ich so wenige Todesclown bis jetzt entdeckt habe. Oder sie mich halt. Was bist du? Höhle von Rock Creek. Wann wirkt das gefährlich? Fuck. Rock Creek. Das klingt gefährlich. Nach überraschenden starken Gegnern wahrscheinlich. Das ist der Himmel-Eingang. Ich schau rein. Was es da dringend gibt. Wird interessant werden. Ja. Vielleicht ist das der Train-the-Rock-Johnson. Ach, mein Lerks. Ne klar. Ich werde sie so richtig schön fern. Oh, er geht auf mich. Ich bin ja noch immer auf Goping. Also. Sollte kein Problem sein. Den werden bei Marvusraten. Die Marvusraten, die überall sind. Ich werde sie so richtig schön fern. Ich werde sie so richtig schön fern. Ich werde sie so richtig fern. Wo ist man Rasti. Wo ist man chillen, können Ruhe. Ich hoffe, ich habe wieder Charito getroffen. die waffe hat nicht viel moni so viele fischer getötet automatische tür natürlich überraschung die sind nicht so schnell dort braun was habe ich da noch zehn chinesisches okay schön ins gesicht das ist so gut so viele milux jede menge milux action und radioaktivität vielleicht wieder ein könig irgendwo die drogen lassen noch Und mehr Dächsendzug, wie geil. Nein. Oh, fahrschwaffe. Ich hab genug Junkfood mit, dass ich diese Fertz überlebe, das wieder mitten in die irgendwo reinführt, der U-Bahn-Tunnel da spielt, oh boy, ja König, nice. Hopp, oh, geh ich daneben, hopp, stirb, 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 verdammt nochmal! Gute Arbeit, ich will auf jeden Fall nicht tauchen gehen. Wo sind die Überreste? Hier haben wir noch Fleisch. Kommt, hässliche Höhle. Nein, Kopfbewagen, oh je. Hm, was hab ich perfektes Feen? Okay, was? Hinter dir? Oh, ja. Hm, Mist. Komm schon. Wenn die Schocken nur fruchtanflößend wär, hätte der Mylock das nie geschafft, mich so zu attackieren. Dann wär er davon gelaufen. Irgendwas cooles hier. Ich weiß, dass ich ganz am Anfang H-Klammern, nein. Was ist das? Harmonika, Damm. Okay. Pfff, kaputt. Ah, keine coole Glut für mich. Was ist denn Dead? H-Klammern? Nein. Und zu H-Klammern? Der verdammte Kragen an dieser Rüstung ist zu eng. Was auch immer, Bro. Was auch immer. Das ist nur die fetteste Rüstung im Spiel. Okay. Das ist ein schneller Weg raus. Oder führt mich das nur woanders hin? Sollen Sie mich verarschen? Hm. Einmal trifft er mich jemand. Ah, Mist. Mein Gesicht. Okay. Ich werde mich heilen müssen. Und röst die rein. Weg von Jericho. Oh. Da hat er sogar ein bisschen auf die Fräse bekommen. Bummer Typ. Null Schuss. Null Schuss. Null Schuss. Null Schuss. Ne Kuh hat jeden Tod gefunden. Und Ameisen. Und Ameisen. Viele Ameisen. Machen wir gleich einen Snack draus. Null Schuss. Bibi Fleisch ist gutes Fleisch. Das macht dann ziemlich voll. Und wir können einen Veganer-Challenge in diesem Spiel machen. Okay, gut, dass ich das linken Repeater draußen habe. Oh, macht nicht so viel. Ah, jetzt geht's. Uh, was hab ich denn? Ah, gutes Teamwork. Der Kopf fliegt da noch immer rum. Ja, muss daneben. Warum schaut das nach Bossfighter aus hier? Irgendwie endlich mal eine Queen zu sehen. Will ich das überhaupt? Und das Fleisch auch. Ah, wieder im Clinic. Okay, jetzt wird es schon CD2. Sehr schön. Oh, welch Pulver hätte ich den gefangen. Indere Luft. Das war der dritte König hier drin. Muni. Ein Lasergewehr. Oh, das ist ein normales Lasergewehr. Und sonst noch. Vielleicht. Ich riskier's wieder. Hier sind Pistole es der vorher. Okay. Noch nichts Legendäres. Der drüben. Vielleicht kommt auf den Weg hinaus die Malle Queen. Powerfaust. Okay, das ist nicht so schlecht. Im Reparieren für meine Manfisto. Ah, klar Mann. Danke, Mann. Okay. Okay, sollten wir Linkens Repeater hier. Falls wirklich eine böse Überraschung auf den Weg hinaus kommt. Ist ein langer Weg hinaus. Ah, schauen wir mal. Keine böse Überraschung. Also erspare ich euch den restlichen Weg. Ist ein breiter Weg. Jo. Ist in seconds. Hui. Wir sind direkt vor der nächsten Gefahr. Ein paar Supermutanten. Herren der Supermutanten. Also zwei mit Minigun direkt nebeneinander. Wo ist meine Nuka-Ganate? Hier. Wie hoch ist die Chance, dass ich den 3 von 90? Ich nenne es. Ich bin tot. Ja, das bist du gleich. Okay. Perfekt. Wir sind echt tot. Hopp, auf der Rückseite auch was. Wo ist das denn? Ein kleiner Raider. Gute Schlüsse, Jericho. Merkt das Auto bloß nicht hoch. So verrückter. Raketenwerfer. Deswegen ist da was explodiert hinter uns. Auf einer Seite die Supermutanten, auf der anderen die Raider. Klassisch. Wenn ich was mitnehme. Da es zwei Stück hier gibt. Wie viel Moni habe ich denn? Uff. Ich habe viel. Kann das fast spielen noch. Was gibt es hier vor mir? In Behemoth wird es wichtig sein. Ich treffe. Und das sind die Gruppenschlechte Granate. Gut zuerst. Wir verschüsse. So viele. Und dann sie. Was ist denn immer so hochgegangen? Verdammt schon wieder. Gut. Gut. Da liegt es so dumm und da und da oben. Willkommen auch weg. Gut, aber. Rakete. Das ist wieder aufgegangen hier. Jagdpinter. Die brauche ich zum Reparieren. Raketenwerfer ist kaputt. Jagdpinter zum Reparieren. Stimmgewerber nicht fordern. Deswegen. Deswegen nicht. Hm. Ich bin doch immer so überlastet. Und gute Waffen. Okay. H-Klammern. Nein. Blutpakete. Das, was ich am wenigsten brauche. Warum stehen wir hier rum, wenn es überall jedem... Oh, frisse. Aber gern. Lassen Sie sehen, was Sie haben. Da hätte ich ihn reparieren sollen. Hm. In die zweite Lähe. In das Teil. Das kann ich auch reparieren. So viel, was ich reparieren kann. Okay. Reparieren wir. Action, action, action. Ja, 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 ja. Fangen wir von unten an. Bist du? Können Sie auch reparieren bald. Die waren in richtig schlechten Zustand. So, was überhaupt hergelegt wird. Keine Überraschung, dass die keiner genommen hat. Hallo, Kopf. Und dann Fisch in mein Zimmer. Friendships Heights. Ist das die U-Bahn-Station, die mich da reinführen wird? Könnte fast sein. Fangen wir. Ah, das sollst du durch U-Bahn verzweigt, dass das schlimm ist. Der Flieger fliegt da rum. Ich kann mich mal schnell durch eine U-Bahn durchmorden. Coole. Okay, ist halt frei. Lauf. Was für ein Pärchen. Bruder, oder? Haben eine Tripping. Haben wir hier drinnen Bruder? Red Cockies. Ah, da sind sie. So ein Charakter. So hart haben wir, Alter. Verdammt, bist du denn noch nicht tot? Verdammt, das Fisch. Schüttel mich herum. Hast du auf mich geschossen? Ich brauche nur zwei Schläge. Ich habe so lange niemanden mehr umgelegt. Ich werde sie so richtig schön fertig machen. Oh, macht das. Ich brauche mich nicht voll. Phantom. Wer ist das? Oh, da ist mein Wilder Ghoul. Ein Pfeil. Ein Stückchen Wilder Ghoul hier. Ich will hier irgendwie ein Puzzle wieder zusammensetzen. Oh, fuck die. Ich schätze mal, dass... ...dieser Pfeil mich zum Ziel führt. Ich lasse ihn noch zweimal dran nippen. Bevor er ihn wegschießt. Warum nicht? Gabel. H-Klammern. Oho. Ich habe nur die Gabel gesehen. Oh, wenn es so viele H-Klammern geben wird, wie gegen Gabeln. Ich habe nur die Gabeln. Da ist ein Negeren. Wie da eine Waffe ist, ich selbst benutze. Okay. Sackt, Kassi. H-Klammern. von brauche fast unnötig moni wo ist fisto da ist das nächste ist dran zum reparieren ob leck es leckt wir kommen den super behemoth näher dort leckt sie macht zu stark zu groß für die ps4 zu viel behemoth ja ich hab die stange zigaretten ignoriert jericho will die nun weg rauchen west station ok ich weiß gar nicht ob ich zum richtigen ort komme dem spiel sich zurechtzufinden ist so schwierig ok sehr leichtes kann ich auch knacken aufreißen aufreißen ist ja leicht Gott sei Dank, da muss ich keine H-Klammer verschwenden dann gehen wir weiter da unten geht es auch irgendwo hin wieder ein U-Bandenbüro aufknacken, Mist ich brauch die H-Klammern für die 100er und 75er Schlösser was war das, OP Schlauch, kein Dietrich und Quarkies 39 ist das was ich am wenigsten brauche und Sachen die ich auch schon fast nicht mehr loote oh nein war ein Pfeil wird gar nicht zurück gelassen er kann sich glücklich schätzen in der Pfeil ok ok mal wo ist vom Sack zu der Softritte hey girl soll 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 die aufreißen was ein Blut für Zigaretten so viele Blutpakete die werde ich gleich essen, die Fleischstücke hier so nur deswegen blute ich sie und wieder ein ungelesenes Buch in dem Inventar gehabt typisch typisch das ist da ist ein Ausgang oder doch sind wir hier zuerst noch ah mehr zum Looten ok nein danke ok ich brauche keinen Roboter der hier aufräumt ich bin der Roboter der hier aufräumt hm ich glaube der fragt mich sogar nach Metro Ticket und dann bringt er mich um weil ich keins hab ja genau so läuft das ach nein interessante Toiletten achklammern achklammern äh wer braucht Spind in seinen Toiletten wer braucht Spind in seinen Toiletten gutes Deutsch wie immer und obwohl ich hab so viele deutsche Videos grad aufgenommen da solltest grad nicht dran scheitern scheitern Mist wo bin ich jetzt wo haben sie mich hier raus geschickt ach das ist ja irgendwo achklammern 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 rechts links rundherum links rundherum links rundherum ist der Blahn oh Gott ah die führen alle irgendwo hin die U-Bahn-Stationen und meistens dorthin wo ich sie nicht haben will oh Raiders wieder Super Raiders Operators Total Raiders ich hab sie genau nebeneinander niedergeschossen gratulation er dürfts Hand in Hand sterben schön für euch schön für euch ok nächstes mal die richtige U-Bahn-Station schafft er das Jericho da drüber opfen nein nein schafft er nicht Jericho bei Fuß oh ist uns verreckt der läuft dann zufällig in der Todesklaue Todesklaue ja sind neue Monster Schick und da was ist das schon wieder Nationalgarde irgendwie not den ich nicht brauche wie zum teufel komme ich doch drei gibt's ja nicht dass ich nicht einfach die richtige u-bahnstation erwischt probieren bis weiter links rumzirkeln hier gibt es noch gegner so gibt sie noch hoffnung nationalgarde auch lustig zum durchsuchen natürlich auch sein dass ich einmal falsch abgebogen bin im u-bahn-tunnel wenn alles sein jetzt möchte ich das messer mitgenommen so genau aber kill die waffen noch gut leben was sagt die karte hat es sagt ich bin im arsch dann schaue ich doch ins linke gebäude hinein wo das wahrscheinlich erst nächste folge anstehen würde besser nicht angreifen sonst stehen sie wieder in irgendwelche richtungen weg die zähle die zähle lass mich raten roboter in der nationalgarde muss es noch mal gute waffen und rüstungen geben oder mehr roboter und dann viele roboter und hier leckt es auch nächste folge folge hier we go nächste folge ja nächste folge oder nächste folge oh verdammt sorry okay ich gehe verkaufen hey oh Amen.